Hallo Menschen und Freunde der gepflegten Runde Hand Showdown und herzlich willkommen euer Sensel Survivor hier mit einer neuen Runde Hand zusammen mit Micha geht es heute wieder in die Sümpfe von Louisiana und ja es fängt relativ gut an dann kommt eine kleine Durststrecke und dann geht es Richtung Ausgang und das war unser Grab daher auch dieser eigenartige Titel jo dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video und ja wir sehen uns bis dahin ich wünsche euch was tschüssi und da fleißig angepflanzt Blumen und sowas ja Blumen aber jetzt nichts anderes ist kein Schrebergarten okay das ist auch so Wald oder wächst eben nicht so gut denke ich also Waldboden da wächst nicht mal Gras kannst du jede Kartoffel vergessen ey bei der Cypriots sind wir hier da wird gerade ein Hundezwinger gejagelt gehen wir da rüber ja ich habe gerade mal hier zum anderen Spawnpunkt geguckt ich glaube da sind keine bei der Range ah ja hier vorne brennt es schon ich habe eine Schrotflinte der Clou ist auch hier vorne irgendwo oh oh ich steppe ihn da schon ah fuck ey der eine ist bei dir im Wald und der andere ist da hinten sauber Mist sehr gut war da scheiß wichser mach mal ich verrecke gleich fotzenvieh das elende wie ich diesen bastard hasse und du schlägst ihn in die fresse und es passiert nichts aber du hast ja auch zwei kurze waffen da hält er schon muss man schon nochmal ein bisschen öfters zuschlagen blute mal den dann können wir den anderen noch lüten und dann gehen wir weiter wo ist der andere hier müssen irgendwie aufpassen dass da hier nicht rum kommt und die wieder zum leben erweckt nee wir sind ja nur dings ach wir sind ja du es stimmt ja ja jetzt dachte ich schon jahr wo ist der dritte ich gehe mal zum krematorium dann am anfang wieder so ein easy shot wieder total vermasselt ich habe auch ewig auf den geaimt wie er durch den wald gerannt ist bis er vor mir stand und ich ihn durch schrotflinte reingepresst habe ja da hat es mal wieder funktioniert der handkanone ja zum glück alter was triggert die denn da schon hat es mal wieder äh du ff äh 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 So, guck jetzt hin. Ja. Das konnte niemand ahnen. Vor allem, die haben keinen Mucks von sich gegeben. Ja, wollen wir jetzt hier hinten rausgehen oder noch? Skabalake hoch. Willst du Skabalake machen? Gehen wir hin? Können wir schon noch machen. Na dann. Da drinnen sind Hühner. Fuck. Ja. 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 Ja, und die haben einen Ausgang dort. Ja. Aber die sieht nur aus, als wären die noch drinnen. Ja. Ja. Ja, fuck. Da sind bestimmt Jäger dann in die Richtung. Ja, jetzt sind sie draußen. Ach so. Ja. Ja. Hast du einen gesehen? Ich hab da kurz was gesehen, ja. Oh man, jetzt hab ich keine Ausdauer mehr. Boah. Ist klar. Ist... Ja klar, Fettsack. Gib mir doch einen. Fetter Hurensohn. Da sind aber noch andere, die Pferde, die wiehern. Okay. Ich hab auch grad schon einen gesehen. Ja. Hat nen Hit. Sehr gut. Warte, ich bin gleich da. Warte, ich bin gleich da. Dauert noch. Direkt geradeaus. Hier. Oh. Sprenglanzert, ja. Ah fuck, voll gegenworn. Der ist hier vorne. Oh. Alter. Hier links. Oh, ist klar. Mit was? Mit der Handkanone. Neun Meter. Alter. Willst du mich verarschen? Dämliche Scheiße. Sehr gut. Diesen Hurensohn. Aber links war auch noch ein Team. Und dich hat er auch nicht... Ah, das war der mit dem Bounty. Aha. Aber der andere mit dem Bounty ist auch tot. Oh. Steps hier vorne. Ja, zwei Leute. Einer direkt beim Extraction Point und der andere ist irgendwo da links. Hab einen. Sauber. Dann nur noch der Linke. Oh ne. Hier steht noch einer hinter dem Silencer. Und Silencer Waffe und Crossbow. Okay. Der ist direkt dahinter. Sauber. Oh, da sind noch zwei. Oh, hier vorne. Ah fuck, der hat Fächer mit Silencer Waffe. Der war rechts neben dem Heuball. Mhm. Ich will bloß nicht. Was? Alter. Im Laufen auch noch ein Header gedrückt. Schade. Ah, schön. Pascal, der kommt auch gleich. Der muss bloß noch mal auf Toilette. Aha. So, was los? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020